Guten Tag, ich heiße Michael Hvorecki und ich werde heute für Sie aus dem Roman Tod auf der Donau vorlesen. Das Buch habe ich auf Slowakisch geschrieben und die deutsche Übersetzung ist von Michael Stavarec, von dem österreichischen Schriftsteller und Übersetzer. Für diese Leistung bin ich ihm sehr dankbar. Und ich lese jetzt aus meinem Tablett, Auszüge aus dem ersten Kapitel, Tod auf der Donau. Schon von seiner Kindheit an mochte Martin Roy die Landkarten. Stundenlang vermochte er sie zu betrachten und in seinem Kopf rotierte die pure Abenteuerlust. Ein jedes Land hatte eine andere Farbe, rot, braun, grün und das Wasser war blau. Es quälte ihn die Sehnsucht nach allem, was weit entfernt lag. Die Donau erinnerte an eine langgezogene Schlange, deren Kopf im Schwarzen Meer lag, ihr Körper breitete sich über den gesamten Kontinent aus und die Schwanzspitze verlor sich irgendwo im Schwarzwald. Der Fluss faszinierte ihn, doch ihn muss er mal fahren, die Schlange hatte ihn hypnotisiert. Schon als Kind ging er zum Lesen an die Ufer der Donau. Er stellte sich vor, wie es um ihn herum nur so vorgestalten aus diversen Büchern wimmelte. Die seelenverblichene Schiffer, Seeleute mit einem Eisenhaken, die Schatten von Erhängten auf ihren Galgen, verrückt gewordene Kapitäne, blutrünstige Piraten und ausgesetzte Säuglinge in ihren Wiegen. In den Donaugeschichten mangelte es nicht an Gespenstern und Geistern, die während all der schrecklichen Zeiten den Fluss heimsuchten und die Menschen in unbekannte Tiefe zogen. Die Wassermänner ersäuften nur zu gerne die Kinder. Er träumte davon, unweit die Stimmen trauriger Mütter und Ehefrauen zu vernehmen, er hörte die Stimmen der Ertrinkenden, das Gewimmer der verlassenen Säuglinge, bis der Fluss ihre nächtlichen Klagen verschluckte. Fachleute hielten die Motorship Amerika für das schönste Donauschiff. Die Konstruktion überragte alles andere in ihrer Nähe. Der Rumpf sah aus wie ein großes Wassertier, das nur darauf wartete, mit Menschen gefüttert zu werden. Den Nachmittag verbrachte Martin Roy hinter dem Tresen. Auf dem Tisch breitete er Stadtpläne von Regensburg aus, mit einer markierten Strecke zum Schiff, verschiedene Reiseführer und Kopien der bayerischen Rezepte. Ständig kamen Passagiere mit irgendwelchen Fragen zu ihm. Martin, bitte, was ist barock? Die Frau Reiseführerin hatte es einige Male erwähnt, fragte Jeffrey und beugte sich über den Schalter. Darüber brauchst du dir nicht den Kopf zu zerbrechen, das habt ihr in Amerika nicht. Wirklich nicht? Barock war eine italienisch-politische Diktatur, die noch vor der Gotik in Europa herrschte. Sehr böse, obskur und gefährlich. Gut, dass wir das in Amerika nicht haben. Sowas brauchen wir auch nicht. Was wir jetzt brauchen, ist eine gute Wirtschaftslage und Ordnung. Du sprichst mir aus der Seele, Jeffrey, antwortete Martin.